Es gibt irgendwie... Oh nein. Oh nein. Verdammt. Komm mal hier rüber. Nein. Nein, 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 nein. Aufgepasst. Was kann ich für dich tun? Aufgepasst. Wie kann ich die? Dahin. Komm mal her. Ich kümmere mich darum. Geh dorthin. Kein Problem. Okay. So. Ich helfe gern. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Ja doch, du kommst da hin. Wir werden hier irgendwie durchkommen. Nein, nein. Andererseits stimmt, wir können außen rumlaufen. Sag mal, kannst du ein Lämpchen hier anschmeißen? Wie komme ich da hoch? Hier muss ich irgendwo eine Leiter geben. Also ich habe zumindest von innen keine Leiter gesehen. Natürlich geht es hier nach oben. Da ist die Leiter. Nein, Ada kommt, Ada kommt, Ada kommt, Ada kommt. Ada. Mach. Kein Mist. Nein, 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 nein. Ich kümmere mich darum. Ups. Hier. Aber sicher. Nein, nein. Da. Ich erlebe ich dir das. Und los. Kein Problem. Dort drüben. Ich kümmere mich darum. Okay. Wir müssen jetzt ganz einfach nur nach oben gehen. Du rennst hier. Na, tolle Wurst. Komm doch einfach. Komm mit. Komm. Andererseits, wenn hier gleich die... Oh, die Laser sind auf dem Weg nach oben. Mach's mir fertig. Nix auslösen. Nix. Auslösen. Okay, da bist du ja. Warum ruhig die Leertaste? Komm, wir werden ganz kurz mal von hier oben runtergucken. Ich glaube, da drüben muss ich auch noch rein. Da hätten wir irgendwas am Leuchten. Wäre cool, wenn jetzt irgendwie so ein Geisterschiff auftauchen würde oder so. Boah, der wäre richtig cool. Wie, du gehst jetzt da runter? Du, 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 du. Sieht schon cool aus. Wenn die Leute wüssten, mit denen wir in der Vault waren, dass ich über 200 Jahre später hier rumlaufe, ey. Die würden mich heute für bekloppt halten, ey. Was, das war schon? Du hast was hinweg. Das wäre ich aber ganz verspannend. Hau zu. Boah, was hält der denn aus? Wie sollte der erst so viel ausgalten? Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Oh, oh, der hat auch mir ein paar Sachen beigehabt. Okay, die Steine sind am blinken. So, wo ist denn der Computer? Hier muss ich noch Computer gehen. Weiß? Okay, der ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Irgendwie muss ich den Kappes da ausmachen können. Wie bekomme ich den Kappes aus? Okay, da ist noch ein Dings. Da ist noch mein Laser. So, mal ganz kurz hier reingucken. Schafft. Mhm. 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 So. Gucken, ob hier irgendwie in der Wackelpuppe rumliegt. Da sehe ich aber gerade mal eben keine. So. Die Treppe will ich auf jeden Fall nicht runtergehen. Obwohl da der Computer hängt. 18 Kronen gucken. Ich nehme natürlich gerne mit. Moment mal. Ich kriege die nicht ins Target rein. Du siehst aber nicht feindlich aus. Oder doch? Du siehst nicht aus wie ein Wader. Du bist so ein Plünderer. Wer bist du? Hm. Alles hier erinnert mich an sie. Ähm. Ja. Das wissen wir, dass da hinten so ein Licht ist. Und wie gesagt. Sobald. Äh. Ich will den Kern jetzt noch nicht rausnehmen. Ich will jetzt mal ganz kurz einmal hier draußen rumlaufen. Ob hier noch irgendwie was ist. Ob die sich hier irgendwas. Versteckt haben. Sieht aber irgendwie nicht danach aus. Und dann möchte ich einmal ganz kurz hier an den Computer dran. Ich muss das Ding auch kurz mal selber entsperren. Weil wenn Aida jetzt hier runterkommt. Läuft die genau durch den Laser durch. Und das sieht ja nicht so ganz so spannend aus. So. So. Äh. Mhm. Mhm. Äh. Ja. Ja. Oh. Moment. Da ist einer. Okay. Hm. Da haben wir noch einen. Und da haben wir noch einen. So. Da bleibt ja nicht mehr so viel übrig. Bin durch. Sicherheitstür öffnen. Oh, verdammte Kacke. Das geht damit nicht aus. Okay, jetzt ist irgendeine Sicherheitstür aufgegangen. Ich weiß nicht welche. Nope. Ihr habt ja keine Ahnung wo. What? Habe ich mich erschrocken. Oh. Wäre die Sicherheitstür nicht aufgegangen, wenn ich durch so ein Laser gelaufen wäre? Interessant. Ob die Quest abgebrochen wäre automatisch? Wait. Wer seid ihr denn? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Schiebih-Laborarbeiter. Wie sieht es interessant aus? Was? Haben wir noch Angst? Sehr interessant. Okay. Ich glaube, wir haben einiges zum Mitnehmen. So, was war denn jetzt die Aufgabe gewesen? Nix. Die haben wir fertig, die Quest. Wir sollten einfach nur ins Labor rein. Hey, da. Hey, da. Ja. Pass mal auf, ich habe noch ein paar Sachen für dich. Kannst du ein bisschen Schrott nehmen? 0,5, 0,1 kannst du auch nicht mehr tragen. Okay, du bist voll. Shit. Oh. Das ist ein Grund, muss ich jetzt mal gucken, dass ich jemanden wegschmeiß. Ich muss hier doch ordentlich Drogen geben. Ich bin mal gespannt, was es hier so gibt. Ich hoffe mal, dass es hier genug Drogen gibt, die ich mitnehmen kann. Aber warum waren die jetzt hier noch drin gewesen? Das frage ich mich. Waren die jetzt so lange hier drin? Hm. Oh, die Benzinkanister liegen aber schon einiges, oder? Fleischverarbeitungsanlage benötigt Terminal. Rühr mir auf. Ruhig gleich mal rein. Bin mal gespannt, wo ich da... Oh nein. Ah, gut. Äh, ja. Hier fängt der lustige Teil an. Du. Ey. Ja. So, was hältst du davon? Wir werden mal ganz kurz draußen vor die Tür gehen. Speichere mal ganz kurz hier. Nicht, dass ich, wenn hier rausgeht, die Tür wird immer wieder zufällt. Und ich will mal eben ganz kurz nach Hause reisen, die Sachen wegbringen und dann sofort wieder hierher. Andererseits, ich komme nicht inzend hier hoch. Kappes. Okay, wir gehen wieder rein. Ich sammle oben, ey. Ich sammle irgendwo vorne diese paar Sachen. Und dann muss ich gucken, dass ich hier wieder schnell hochkomme. Kann auch sein, wenn ich oben den Fusionskern rausnehme, dass ich hier gar nicht mehr reinkomme. Okay, ich packe hier ein paar Sachen rein. Äh, durch. Und, das, 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 wir packen jetzt mal alles kurz eben da rein. Gut, dass in so einer Box so viel reinpasst. Wir müssten die lieber mitnehmen, die Box. So, wir suchen uns erstmal die ersten Sachen zusammen. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Ja, aber nur keinen Platz mehr. Leider keinen Platz gefunden. So, dann gehen wir hin. Wir sammeln jetzt schon mal alles ein und sammeln dann alles in der einen Box. Dann brauchen wir vielleicht nicht mal nichts zusammensuchen. Dann renne ich doch gleich mal ganz kurz nochmal hier hoch. Nehmen den ganzen Kappes mit. Dann sind wir auch fertig. Finde ich gut, dass hier so viele Drogen hergestellt haben. Die hätten ruhig ein paar mehr herstellen können. Hätte ich jetzt nicht so ein großes Problem mit. Aber die können wir dann alle schön verkaufen. Tschüdi. Ist ja ein Einzelboden reingekritzt. Gekritzt, genau. Gemalt und geritzt. Und daraus kommt ein gekritzt. Ich würde mal sagen, wir haben alles. Dass hier das ja nirgendwo ein Safe versteckt ist. Die müssten doch theoretisch bestimmt irgendwo hier ein Safe haben, oder nicht? Andererseits würden sie nur herstellen und nicht verkaufen. So. Ich glaube, wir haben alles. Wir machen mal ganz kurz das Ding hier auf. Ada. Ich helfe gerne weiter, wenn ich... Schaust dir an. Es gibt keine Möglichkeiten, da hinzukommen. Doch. Schau mal nach. Tut mir leid. Ich kann da im Moment nicht hin. Warum? Sind denn deine Beine kaputt? Jetzt muss ich die reparieren. Ich meine, ich repariere mal eben kurz die Beine. Jetzt geh da mal hin. Da drüben. Da komme ich nicht hin. Oh, wirklich. Oh, wirklich. Andererseits... Da müssen wir auch gar nicht... Okay. Ich habe gerade gedacht, das Ding ist gehackt. Oder wie wäre es? Das Ding muss gehackt werden. So. Sprechen. Ich bin mal gespannt, wo ich gleich jetzt auskomme. Wer ist? Meine Geruchs... Meine Geruchs... Oh ja. Oder auch meine Geruchs... Und die kennen wir doch schon ausfällig. Ich schlage vor, dass Sie die verschmutzte Luft hier nicht einatmen. Okay. Wo sind wir? Waren wir da schon gewesen? Na ja, natürlich waren wir hier schon gewesen. Ich freue mich jetzt hier nicht runter. Ja, hier waren wir schon gewesen. Ja, sag du, deine Brille ist noch beschlagen. Mensch. Die 30 Teller Bohnensuppe hätte ich zuerst auch nicht essen sollen. Dazu auch noch die Zwiebelsuppe. Ist ja gut, ich habe es verstanden. So. Wir gehen mal ganz kurz raus. Teleportieren uns zurück. Oh, verdammt. Wir teleportieren uns mal eben ganz kurz zurück. Bringen die Sachen eben weg. Hoffentlich werden wir nicht angegriffen. Ich will nicht haben, dass wir angegriffen werden. Ja, auch wenn wir die Sachen dann zurückgebracht haben. Teleportieren wir uns noch mal ganz kurz da wieder hin. Dann sitzt du da unten am Boden rum. Wir haben doch Stühle und alles. Sicher. Wir haben doch einen Blick darauf. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Vier Stück. So. Okay, wir können eben ganz kurz hier alles reinschmeißen. Zurück teleportieren. Die paar Sachen auch mitnehmen, die da... Die in der einen Box auf uns warten. Lululululululululululululululup. Lups. Äh... Lüftmittel. Den Schrott. Die packen wir auch noch mal kurz hier rein. Also die Teddy ist bei nicht. Mal ganz kurz. Weiß? Ach, da kann ich mich hier Power-Rüstung machen. Okay. So, Getränke. Mal leckere Schüppchen. Ein bisschen Kleber. So. Da steigen wir ganz kurz ein. Ich trinke mal eben kurz einen Schluck. Was brauchst du, General? Lüft? Ich habe mal kurz einen Schluck getrunken, habe ich gesagt. Pfeift ja mich direkt so an. Okay, wir haben zwei Uhr nachmittags. Nachmittags. Das bedeutet... Klar, ich lasse für dich alles stehen und liegen. War nur ein Scherz. Lass mich in Ruhe. Ich habe nicht gespeichert. Hast du ein Glück? So. Das schmeißen wir mal eben kurz raus. Wir setzen uns mal eben ganz kurz hin. Und da würde ich doch mal sagen, dass wir mal eben kurz ein paar Minütchen hier warten. Also ein paar Stündchen sogar. Wir haben 14 Uhr. Wir müssen eine lange Reise zurück machen. Also würde ich doch mal sagen, dass wir so um die zwölf Stunden warten. Einfach mal. Wir setzen uns einfach mal hin. Lassen den 23.01.2288 so ein wenig an uns vorbeiziehen. Draußen wird jetzt ein bisschen dunkler. Wir sitzen einfach nur da rum, beobachten die Leute. Und stehen wieder auf. So. Der 39er Fusionskern kommt da rein. Und wir steigen ein. Diese Rüstung sollte uns im Kampf einen eindeutigen Vorteil verhindern. Das ist richtig. Jetzt fällt mir gerade mal so auf. Wenn ich schon einmal hier bin, kann ich mal ganz kurz die Rüstung reparieren. Also ein bisschen ist der bestimmt schon kaputt gegangen. Also. 130 von 155. 57 von 155. 100 von 100. So auf jeden Fall. Hat der Ding auf jeden Fall schon ein bisschen mit abgekommen. So. Dass die Dinger alle so passgenau sitzen. Okay. In den ersten Dings waren wir jetzt gewesen. Das haben wir abgeschlossen. General Atomic. Wir teleportieren uns aber erst mal da kurz zurück. Beziehungsweise wir reisen da mal eben ganz kurz hin. Machen da mal eben kurz eine Schnellreise. Atom bomb, baby. Atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want it to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb, baby. Loaded with power. Radioactive as a TV tower. A nuclear vision in her soul. Gloves with electronic control. Atom bomb, baby. Little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want it to be. A million times hotter than TNT. Leada. Bomb. Leada. Bomb. Leada. Bomb. Leada. Atom bomb, baby. Boy, she can start. One of those chain reactions in my heart. A big explosion. Big and loud. Mushrooms me right up on a cloud. Oh, Atom bomb, baby. Little Atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Bum. Leada. Bum. Leada. Bum. Leada. Bum. Leada. Atom bomb, baby. Sweet as a plum. Hair is more wallop than uranium. When she kisses, there's no hitch. Zero power, she turns on the switch. Atom bomb, baby. Little Atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb, baby. Little Atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb, baby. Little Atom bomb. Atom bomb.